Niemand will hier Deutsche sehen. Dänemark ist nicht ihr Freund. Das ist mein Land, habt ihr verstanden? Wir sind hier nicht willkommen! Für uns dienen sie nur einem Zweck. Zwischen den schwarzen Pähnchen und dem Feldweg liegen 45.000 Minen. Ihr wird sie alle nicht schaffen. Wenn ihr das erledigt habt, könnt ihr nach Hause gehen. Habt ihr verstanden? Ob ihr mich verstanden habt? Ich hab Hunger. Ich hab seit zwei Tagen nichts gegessen. Glaubst du, dass ihr mir leidtut? Glaubst du, dass ihr kleine Drenge verstanden habt? Oder dem und uns? Entschuldigung! Entschuldigung! Schade! Bitte, das ist meine Unit. Ich brauche diese Jungs. Ich brauche alle. Der Feldwebel sagte, dass wir nach Hause dürfen, wenn wir fertig sind. Du hast es immer noch nicht kapiert. Er hasst dich! Er hasst dich so, wie er uns alle hasst! Es muss Tag sein. Wiederholen. Es ist fast vorbei. Es ist fast vorbei. Ich komme wieder nach Hause. Ich komme wieder nach Hause. Auf Wiedersehen.